Hey Freunde, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Let's Play Lego Star Wars The Complete Saga. Was? Oh, was? Ich habe gar nicht auf den Bildschirm geschaut. Tut mir leid. Ähm, ja, wir haben schon etwas länger... Warte, 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 warte. Ach, wir sind schon hier, sind ja schon fertig. Das ist die zweite Episode, müssen wir noch machen. Da würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit dem Weiterspielen. Äh, wir haben schon re... ja, ich sag ja... Wir haben schon re... Episode 2, Angriff der Klonkinder, Kapitel 1. Kopfgeldjägerjagt. Toller Titel. Die Galaktische Republik stürzt noch tiefer in die Krise. Punkt, Punkt. Achso. Graf Doku führt eine Separatistenbewegung an, die die Zukunft der Republik bedroht. Punkt. Auf dem jetzt in einen Stadtplaneten Kommersand beschützen Obi-Wan Genobi. Obi-Wan. Obi. Scheiße. Und Anakin Skywalker-Senator von Padma Amidala. Komm mal. Dass, da sie von geheimnisvollen Assassinen bedroht wird. Punkt. 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 Ja, ich habe kein Wort verstanden. Neon. Punkt. 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 Ich muss echt diesen Einkopf herausnehmen, sonst kann ich den Handel überhaupt nicht verstehen. Punkt. Punkt. Ich habe für dich diese Viecher gehabt. Echt? Ähm. Ich kann jeden Fall wieder... Sind sie auch. Aber du schaust gerade so ein bisschen. Ohne. Diese durchsichtigen, also semi durchsichtigen Decke. Und so weiter. Schau, alles ins zu tun aus. Und das ist auch falsch. Eigentlich. Aber... Ja, jetzt fahren einfach nur da hin. Eigentlich, ja. Aber gut. Man muss sicher irgendwo... Warte... Ende. Ja, Hannes ist immer rechts. Aber falls das jemand nicht weiß... Aber ich... Ich weiß nicht, naja. Rechts kann. Oh, Hannes. Kriegt man ein bisschen zurück, hinten ist meistens Geld. Ja, ich bin blauer. Ich steuere nicht. Bisschen scheiße. Immer alles abschießen. Alles abschießen, was geht. Ey. Anders... Kann eher natürlich zwei wieder. Ähm. Die Dinger die kannst du übrigens auch normal abschießen. Im Ende normalen. Aua! Aua! Lässt sich jetzt wesentlich besser stecken. Willst du auch mal was sagen? Also in der Aufnahme gerade ist er da unten, weil das Level wirklich nicht gerade und da ist sonst. So lange, Alter? Ja, ich würd sagen, wir machen durch. Ja, Verkleidung bitte. Ach du Scheiße. Du bist echt zu blöd. Wie bitte? Schau mal, mein Spieler haltet dein Bart. Komm jetzt mal. Woher fliegst denn du? Häng mich nicht um. Ja, dann entscheide dich halt. Also hier. Hier rum. Siehst du mich überhaupt? Bitte. Zur Richtung. Du kannst nur kommen, okay? Okay. Schau mal. Oh, schüss. Ist das Level jetzt vorbei? Nein, noch lange nicht. Aber ist das jetzt hier? Jetzt kommt ihr noch so. Ja. Aber es gibt einige blaue Münzen jetzt. Erstmal die Kanonen hinten. Ja. Ja, ich dachte, du bist weg. Du bist weg. Weitergefahren. Ja, meine. Keine Frage. Also einfach... Das ist eine Festplatte auf der Grund. Ja, halt irgendwie. Das Innere, weißt du? Ja, kommst. Ja. 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 Einfach auf die Dinger abschießen und unbedingt das Geld einsetzen. Was man daraus bekommt, weil das ist immer in die Welt draußen. Und das ist doch alles. So. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Mann. Dankeschön, Mann. Danke, Mann. Mann! Dann fliege ich dir halt automatisch weiter. Ja, gut. Tust du das? Ja. Du fliegst auf irgendeinem Grund, oder? Ja, weil ich das Level schnell im Ferry machen möchte. Und dann, keine Ahnung. Trotzdem. Du kannst dich mal so ein Thema anschneiden. Okay, ich schneide mir mal ein Thema ein. Kuchen! Kannst du einschneiden? Oder Pizza. Nein, Pizza schneiden. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Oh, siehst du, siehst du? Scheiße. Hast du mich da verstecken, Will? Nee, zum Glück nicht. Okay, gut. Wie du einfach die ganze Zeit nur schlechte Witze machst. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, oder? Ich verstehe nicht. Boch raus, nehm den. Hä? Schmini ist gleich, oder was? Ja. In dem Level ist es leider so. Ich weiß nicht, ob das mal dazu kam, oder nicht. Ich bin dran, ich hab' nicht. Ich hab' nicht. Ich hab' nicht... In der Schiene zu machen. Ich hab' nicht. Die Frage sind, ob ihr etwas zu geführt haben. Aber wenn ich hab' nicht. Und wir hätten, wie heißt es? Kopfherrger. Es passt eigentlich der Besolding, ja, aber das Level ist mir nie aufgefallen. Erstmal die Panonen abschießen, dann gehst du. Lässt du mich bitte hin? So, jetzt. Komm mal her. Man muss über diese Leuchttiere kriegen. Das ist ja normalerweise, denke ich mir, ja, zu zweit könnte man das vielleicht schneller lösen, so ein Level. Aber hier ist das leider nicht der Fall. Ja, ich weiß, das ist scheiße. Ich kümmere mich schon mal um das vorne, der hinten befestigt ist, ne? Ja? Gut. Zack, 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 zack. So, und dann einfach mal abschießen. Aber ich soll, wenn du meine Autos bleiben schießt. Ja, mal. Ja, mal. Ja, mal. Ja, mal. Ja, mal. Ja, mal. Ich bin nicht auf überall, es kommt auch mal, oder? Ne. Nee, komm mal zurück. Hast du noch was? Aber sag mal was, sag mal was, sag mal was. Wir dürfen nicht die ganze Zeit leise sein. Ja, sag, warum soll ich das nicht weggehen? Ja, weil du auch mal kommentieren kannst. Auch mal? Ich kommentiere immer. Du kommentierst nie. Warte, warte, mal kurz. Das fehlt immer. Wieder? Ja, wieder? Ja. Die auch noch warum machen. Ja. Hey, Jan-Gutsch. Auch nur noch. Es hilft doch noch etwas mehr. Ah, schon fertig, Jan. Ja, du kannst auf die andere Seite werden. Ja, ich weiß nur noch was so fehlt. Ich würde Jan-Gutsch brauchen das Geld klauen. Gänz-Där von mir, ne? Gänz-Där. Wenn die nicht die ganze Zeit Sequenz machen würden, sondern das Geld einsammeln lassen, würden wir jetzt auch ganz schön. Warum? Ah, jetzt einfach, einfach schießen und versuchen, umzutreiben. Dann wieder so Pseudo-Level, äh, Selbstmacht-Metik-Effekt, wenn man in der Zwischenruppe kommt. Und dann so Pfeile drüber. Du willst das? Ehrlich gesagt, hab ich das... Er hat einen Bart vorne dran. Irgendwie, all unsere Thumbnails haben wirklich einen Bart. Also, haben wirklich... Hm, an den Geburtstag gekocht, ne? Hahaha, nicht witzig. Hat denn eine Schnauze? Ja, ist okay. Nein, ist es nicht. Sowas ist echt nicht okay. Jetzt komm mal wieder hoch, bau dich ein bisschen auf. Ein bisschen mehr. Ah. Ja genau, sei ein bisschen mehr A. B. Guck, ich hab ne blaue Hütte. Was wär das nicht? Ich hab ne blaue Hütte. Sag bloß, Entdeckung auf Kamino. Auf dieses Level freue ich mich natürlich extrem. Und zwar sehen wir uns. Können wir uns also den Ex-Ballgarten... Ja, nein, die Folge ist ein bisschen kurz anders. Ist egal. Sicher. YOLO. Hallo? Wo bleibt denn YOLO? Dann sind wir YOLO. Ich hasse YOLO. Ich weiß. Komm. Eröffnet. Okay, das war für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.